Betrete Computerstation Und somit herzlich willkommen zurück zu Doom 1993 Weiter geht's Im nächsten Level Ich glaube es sind gar nicht mehr so viele Aber das werden wir Gleich Okay ich dachte schon von hinten kommt wieder was Da gibt es eine Karte Immer eigentlich schön in Bewegung bleiben Damit nichts von hinten kommen kann Aber es ist manchmal ziemlich schwierig Junge Es sollte vielleicht auch Ausweichen Ist es schlau jetzt schon nach oben zu gehen Ich weiß ja nicht Und weg doch Oh Wir versuchen irgendwie was zu finden Wir haben Dann Habe ich jetzt nicht gerade eine Schlüssel Karte aufgesammelt Nein ich wahrscheinlich bloß Was ist das denn Was ist das denn bitte? Okay Hä? War doch eine Schlüssel Karte War doch eine Schlüssel Karte Oder nicht? Wait Wait Ich gehe nochmal hoch Ah ich bin nicht ganz Trübe gelaufen Dann wieder eine goldene Schlüssel Karte Und wo schießt der Typ denn? Ist der denn nicht? Einmal im Kreis gelaufen Sehr gut Einmal im Kreis gelaufen Sehr gut Und hier man Okay Okay jetzt haben wir wieder die Waffe Die ja eigentlich ziemlich gut ist Aber Wir brauchen Brauchen wir ein bisschen Platz Und hier kamen wir Da geht es nie ganz lang Dann geht es hier Lang Wo gehen wir jetzt hin? Da war ein Knopf Habe ich den jetzt gedrückt oder nicht? Wie kommen wir von hier? Kurz mal schauen Ob irgendein Secret hier ist Hört sich nicht so an Hier fährt der Klotz hier nochmal runter Wahrscheinlich nicht Da unten würde man Da unten würde man Reinkommen Nein Läuft Die Rote Schlüssel Karte Leider kein Secret bisher. Das hat mich ein bisschen verwundert. Wenn ich ehrlich bin. Aber auch auf der Karte, die ich nix. Ich mag die Waffe hier, die Minigun. Das ist ein bisschen mein Freund. Okay, wait. Nochmal kurz schauen. Es gibt bloß hier diesen einen Knopf. Aber was macht er? Ich weiß es nicht. Da kommen wir noch nicht durch. Hier waren wir? Offensichtlich schon. Oder kommen wir von hier sogar? Von hier kommen wir. Und da sehe ich auch grad nix. Das irgendwie darauf hinweisen würde, dass ich da was übersehen habe. Hier geht's nicht lang. Hier hinten gab's glaube ich auch nix. Ne, wait. Da war ich auch schon. Das ist immer ein bisschen so ein Rätselraten. Wo es weiter geht. Oder muss ich jetzt wieder zurück an den Anfänger? Wir haben... Gold und rot. Da drüben ist ne goldige Tür. So hier einmal runter. Blau geht nicht. Hier lang. Ist das richtig? Ist das richtig? Okay. Eigentlich müsste ich da nach unten. Ist in diesen Raum hier. wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Tschööö. Ah, blau. Das hat uns gefehlt. Jetzt haben wir die blaue Entschlüsselkarte. Und mit den gehen wir. Einmal hier nach oben. Und wo kommst du denn bitte? Da ist ein Secret. Nice. Das ist auch verdächtig aus hier. Aber sonst gibt's hier glaube ich nix. Na jetzt nach links und dann wieder lang. Hm? Okay, da geht's auch nicht lang. Das ist irgendwo wieder was alt, die Damen und Herren. Das ist irgendwo wieder was alt, die Damen und Herren. Ist das hier nicht schon das Ende? Hab ich so viel übersehen? Irgendwie würde man noch hier hineinkommen. Aber wie? Da drüben geht's auch noch lang. Ich will halt auch noch was. Und da ist einfach so ein blauer... Ding. Und da ist einfach so ein blauer... Ding. Warum? Dich rum? professions Irgendwas löse ich hier aus? Ich kann dich halt eigentlich jetzt schon noch mitnehmen. Aber wo? Da ist wieder der Anfang. Irgendwie von da drüben. Da drüben kommt man da hinein. Und theoretisch wäre das ja wahrscheinlich hier. Ist der Knopf da oben für da unten möglich? Nope. Da hinten ist ja auch ein Anzug. Und da? Irgendwann muss es runter gehen. Aber was ist dieser Knopf hier oben? Ich weiss es einfach nicht. Ist er bloß zum Runterkommen? Ich glaube diese vier Secrets werde ich wahrscheinlich nicht finden, wie es aussieht. Dafür bin ich dann wohl auch ein bisschen zu ungeduldig. Oh nein für jeden Fall. Sonst sind wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Haben jetzt irgendwie hier die Wand. Hier abzugrasen. Auf dem Meer wird mir nirgendwo was angezeigt. Hopp, einfach gar nix. Logischerweise wärs er hier eigentlich. Irgendwo hier hinten. Ja dann wars das halt für dieses Level würde ich sagen. Schade aber, geh nicht anders. Computerstation beendet, Kills 100%, Gegenstände 5 und 8, Geheimnisse leiden nur 25. Doch. Aber gut. Geht aus. 15 Minuten, ganz ok. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen hier bei TUM1993 und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es hier weiter geht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.